nicht ganz gut bis jetzt habe ich noch einen flitzen sehen wird Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. und das munition okay der überflutete tam gehört uns haben sie keine eigenen funker sie haben einiges anstecken müssen und brauchen hilfe so wie wir alle ist es so schlimm so ja sie haben ja keine ahnung die quarantäne situation ist völlig im arsch und ich muss ein richtig hohes ziel verhaften president mendes kann sich nicht mal entscheiden was wir socken anziehen soll geschweige denn wie wir unser land retten sollen und währenddessen steht die stadt in flammen aber oder besorgen uns gleich den dritten und den vierten srd tech machen den gleichen boss und nummer drei wir sterben also für dieses dachs noch hast würde ich sagen man ja auch gleich erledigt die tippen da so wenn ich heute division 2 beendet habe zumindest die episode oder folgen werde ich mir Hogwarts legacy geben aber ich da mal reinschauen und dann nehmen wir hier die orangen kiste gleich mit das so Oh, dann mach hier mal. Dann holen wir uns gleich den nächsten SRT, der ist da drüben. Oha, was haben wir denn da? Aha. Verdammt, das ist... Der Lootgoblin. Oha, was haben wir denn da? Oha, was haben wir denn da? Oha. Oha, was haben wir denn da? Oha. Oh da! Das Shoshy ist da. Das Nitsch. Schauen wir mal. Den machen wir gleich. Egal. Das machen wir später. Wir wollen den hier. Das war's. Das war's. Das war's. Decktastschlüssel haben wir keinen. So, dann haben wir hier den Dritten. So, dann machen wir den Bulli-Bossard. Hallo, bitte klem... klettern. So, dann... Klafen wir das zu Fuß. Boah, 600 Meter, wie weit ist es noch weg? Boah, scheiße, wir müssen es laufen. Ich bin zwar nicht. Ich bin nicht. Ich bin zu Fuß. Okay. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Das war's für heute. werden wir schon angesehen durchkommen oder bis dort hinkommen aber man gibt sich noch was zum plündern war von körperchen habe das gefühl das ganze spiel besteht nur aus super 90 viel in der nähe könnte sein so 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 wo ist denn das Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Ich sehe nicht, komm! Wir haben Verluste! Ich stehe jetzt keinen Platz. Ich muss nur abladen! Mach schnell, okay? Wir lassen dich nicht entkommen. Ganz fest ist! Einen Schuss! Von schwer gepanzerten Feinden bewachter Ort erkannt. Was ist denn jetzt hier? Was sind denn? Wir gehen zum Angriff! Was ist denn? Was ist denn das? Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Schwergepanzerte Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Was ist denn da? Lebensfunktionen kritisch. Ich muss hier abhauen. Schwergepanzerte Gegner. Von schwergepanzerten Feinden bewachter Ort erkannt. Was ist das?